Ich bin für den Wein zuständig. Da arbeiten wir mit der Weinbeet Manufaktur zusammen. Die betreiben es wunderbar und da ist auch jede Menge, jede Menge Geschichte dabei. Die haben einfach für jeden, für jedes Gericht den passenden Wein. Ich trinke super gerne den St. Vier Blois vom Weinbeet. Bei mir ist es der Merlot Rosé. Ich trinke in der Regel einen Weiß-Bugunder. Einen Sauvignon-Flau. Der Cabernet Sauvignon oder halt der Rieslingsschorle. Der Cabernet Sauvignon-Flau. Der Cabernet Sauvignon-Flau. Der Cabernet Sauvignon-Flau. Der Cabernet Sauvignon-Flau.